Auch in diesem Jahr begrüßen wir euch ganz herzlich zu unserer Arbeitszeit. Alles, was wir haben, etwas vorbereitet und praktisch gelernt. Die einen werden, die anderen werden, aber so ist das Elendemal-Diensteil der Große. Lass uns überwarten, uns sehen und hofft selbst. Wir rücken auf vielen, vielen Spaß. Gleich zum Anfang führen wir uns wie, was soll das bedeuten? Vorgetragen von der Rundfunk der Krüfte. Lebe und Victoria führen uns mit an die Galissen einer Familie und lassen uns ein Gespräch und ein Fristerklauch. Danach überraschten unsere Forschungbinder mit einem Gelegt von Frau Holle. Und die Wörterklasse zwingt uns die Ölgeschöne bei. Danach überrascht uns die Weihnachtsbedichte und Reifer und Asma in seiner Umfrage. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.